Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Das war mal wieder ein packender großer P1. Es ist an der Zeit, die Truppe. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Die Führende in der Meisterschaft hat sich heute weitere Punkte gesichert und die Führung in der Rangliste noch weiter ausgebaut. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Ich glaube, ich entscheide mich heute für den Williams-Piloten. Heute hat sich eine M... Die Führende in der Rangliste